Heute haben wir erneut ein sehr, sehr, sehr schnell ausgehendes, sehr wahrscheinlich schnell ausgehendes Charakter-Clash-Battle von The Walking Dead. Denn heute lassen wir einen sehr guten Charakter gegen einen, naja, ich weiß nicht, halt legendären Charakter antreten. Und zwar, heute geht es um Aaron vs. Rick. Rikki-Dikki, Duda-Grimes, Boom-Shakalaka, Boom-Shakalaka. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Und damit habe ich euch jetzt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Ja, Aaron gegen Rick. Ich weiß gar nicht mehr, wer im letzten Battle gewonnen hat. Ich glaube, es war nicht so ein schweres Battle, wenn ich mich recht erinnere. Aber auf jeden Fall, Aaron gegen Rick wird halt auch ein relativ simples Battle. Aber es wird auch auf der anderen Seite irgendwie schon doch ein Ticken anstrengender. Was heißt anstrengender? Interessant, weil, ja, Aaron hat hier und da vielleicht sogar bessere Punkte als Rick. Aber starten wir von Anfang an erstmal rein. Und zwar starten wir rein mit dem Charakter, beziehungsweise mit der Sympathie des Charakters. Starten wir hier bei Aaron. Man muss sagen, Aaron ist ein rundum cooler Charakter. Er ist wirklich von Anfang an, anfangs war ein kleinen Ticken nervig, aber selbst da ging es noch. Er ist ein netter Charakter, er ist ein hilfsbereiter Charakter und er macht auch einfach das, was sein muss, um jemanden zu beschützen. Aber halt auch nur so viel, wie es sein muss. In den ersten Staffeln, wo er dabei war, war er wirklich noch ein sehr, sehr krasser Nebencharakter. Was sich aber geändert hat und er mehr oder weniger schon zum Hauptcharakter wurde, auf jeden Fall, hat er mehr Screentime bekommen und auch vor allem mehr wichtige Momente wurden ihm quasi gegeben. Man muss sagen, Aaron könnte ein Top-Anführer sein. Also er könnte definitiv eine komplette Gemeinschaft so perfekt leiten, ohne irgendwie weitere Hilfe. Man muss sagen, er ist ein sehr sympathischer Typ. Kommen wir nun aber mal kurz zu Rick. Ja, eigentlich könnte man hier sagen, Rick ist mehr oder weniger ein Arschloch und macht halt das, was sein muss, um seine Freunde zu beschützen und auch darüber hinaus halt. Also ja, wenn man sich überlegt, dass Rick quasi die Saviors bei diesem Stützpunkt da bei der Satellitenstation eingewilligt hat, diese abzuschlachten, woraus ja mehr oder weniger der Krieg mit Negan entstanden ist, muss man sagen, Rick war schon... Ja, ich habe dazu selbst mal ein Video gemacht, ob Rick theoretisch eigentlich nicht der Böse wäre, weil wegen ihm schon sehr viele Sachen scheiße gelaufen sind. Natürlich auch sehr viele Sachen gut, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das Video ist auch auf jeden Fall irgendwo hier verlinkt, ne? Aber an und für sich ist Rick halt auch einfach ein cooler Charakter. Wirklich durch und durch cool. Kurze Anekdote. Falls ihr ab und zu ein Rasenmäher hören sollt, das ist mein Nachbar, der ist gerade am Rasenmäher, ne? Nur Entschuldigung, falls hier ein paar Störgeräusche kommen sollten. Ja, aber wie gesagt, am Ende ist Rick halt auch ein Charakter, der halt schon sehr, sehr krass badass ist und was sympathietechnisch als positiver Charaktereigenschaft halt eigentlich nicht unbedingt mit reinspielt. Er ist zwar auch ein sehr, sehr guter Anführer, aber wir haben auch oft gesehen, dass manche Gruppen auch ohne ihn als Anführer vielleicht besser dran gewesen wären. Man könnte hier quasi schon sagen, man gibt den Sympathiepunkt Aaron, weil zu Ricks Fandom gehört halt auch sehr viel einfach dieses Nostalgische, ne? Rick war der Hauptcharakter, mit dem wir in dieser Serie aufgewachsen sind. Und dann war er ja auf einmal weg und das war halt scheiße. Aber fairerweise muss man hier sagen, wie gesagt, Aaron ist definitiv kein schlechter Charakter. Und im Punkt Sympathie würde ich auch sagen, machen wir direkt von Anfang an einen Unentschieden raus, weil beide Charaktere unfassbar gut sind. Nur Rick halt auf seine Art sympathisch und Aaron auf die andere Art, ne? Und ich persönlich finde, das, was bei Aaron in der letzten Staffel oder in den letzten Staffeln positiver vorgebracht wurde, ist zum Beispiel das, was bei Rick genauso erst gegen späteren Verlaufe der Serie, beziehungsweise im Mitte der Serie, quasi erst hoch aufgeblüht ist. Man muss sagen, anfangs war Rick schon ein bisschen weird, nervig manchmal an manchen Ecken sogar, finde ich persönlich. Und gegen Ende hin sowieso auch irgendwie, aber halt der mittlere Teil von Rick, Grimes, das ist das, was Aaron am Ende der Serie wird. Und das hat auch langfristig festgelegt, also da gibt es kein Zurück mehr nachher. Also machen wir einfach direkt mal einen Unentschieden raus, weil ich will mich da auch tatsächlich nicht so hundertprozentig festlegen. Kommen wir zum Punkto Charakter, beziehungsweise Charakterentwicklung. Und hier muss man sagen, beide Charaktere haben da enorm viel durchgemacht. Aaron, ich nenne es mal der kleine, gerade so überlebende, schüchterne, na schüchtern jetzt nicht, aber eher zurückhaltende, passive Junge, der nachher zu einem richtigen Badass-Hau-drauf-mit-Morgenstern als Handprothese herangewachsen ist. Also ich finde, Aarons Entwicklung super. Wirklich, Aarons Entwicklung ist so bombastisch. Der ist wirklich, anfangs war so ein Charakter, der halt mal hier einen blöden Satz reingeschmissen hat, wo man gesagt hat, ach, Aaron, ja, und hier hat er mal gut geholfen, ah, Aaron, ne. Aber mittlerweile ist das so, oh mein Gott, Aaron, was geht hier ab? Übelkrasse Entwicklung. Also wirklich, Aarons Entwicklung, Stonks, einfach steil gegangen. Ricks Charakterentwicklung habe ich ja eben schon mal angesprochen. Und da muss man einfach auch sagen, seine Charakterentwicklung war genauso. Sie ging einfach berghoch bis zu einem gewissen Punkt, wo sie halt dann wieder abrupt runterging, bis zu dem Punkt, wo er halt einfach aus der Serie erst mal genommen wurde. Dazu muss man aber sagen, ich persönlich finde, dass Aarons Charakter konstant besser geworden ist. Während Ricks Charakter einen Schub gemacht hat, wo er besser war, dann ging es nochmal in so ein kleines Loch. Dann aber wieder einen steilen Schub besser, dann ging es wieder in so ein kleines Loch. Mit dem steilen Schub nach oben, dann ging es halt in das tiefste Loch und dann war er ja erst mal weg. Das ist so, finde ich, bei Rick ein bisschen das Problem einfach, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz würde ich hier, da Ricks Entwicklung wirklich auch länger gewirkt hat und einfach ihn enormer verändert hat als Aaron, würde ich sagen, den Punkt gegen Rick, dann steht es 2 zu 1 für Rick erst mal. Weil, wie gesagt, Aarons Entwicklung war so, ja, sie war da, aber es hat ihn jetzt als Mensch nicht unfassbar krass verändert. So, seine Prinzipien und so ist er immer noch treu geblieben und Rick war ja zwischenzeitlich wirklich so, okay, komm, jeder, der uns hier doof anmacht, töten wir. Dann war es so, komm, wir bauen hier ein bisschen Gemüse an. Dann war es so, ihr seid alle scheiße, ich habe hier das Sagen. Also, das war halt sehr facettenreich, seine Charakterentwicklung. Bis er dann zu dem Punkt gekommen ist, wo wir alle gesagt haben, das ist der Rick, den man haben will. Und also muss man bei Rick natürlich jetzt auch sagen, sein Charakter ist ja noch nicht hundertprozentig zu Ende. Mit der Rick-und-Michon-Serie werden wir da weitersehen, ob er sich wieder zum Guten weiterentwickelt hat oder ob er auf diesem letzten Stand, den wir kennen, halt geblieben ist. Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, 2 zu 1 für Ricki Dicki, Duda Grimes. Boomshakalaka, Boomshakalaka. Als nächstes würde ich einfach mal den Punkt einwerfen, krasse Serienmomente. Ich würde jetzt nicht explizit Badass-Momente sagen, weil da hätte Rick definitiv die Überhand gewonnen. Deswegen sage ich allgemein Serienmomente. Und da würde ich sagen, dass Aarons für mich persönlich krassester Moment irgendwie der war, ich weiß nicht, in welcher Staffel es war, 19 oder 11, wo er mit Geldbüro unterwegs war, von diesem einen Typen da mehr oder weniger gefangen wurden und die sich ja gegenseitig die Knarren an die Köpfe. Und das war mit einer der Punkte bei Aaron, die ich richtig krass fand. Dann fand ich auch diesen Moment geil, wo in Alexandria da das Hochwasser im Keller war und er da seine Tochter und was, Lydia war auch dabei oder irgendwie so und Judith, er die da gerettet hat und sich mehr oder weniger dafür opfern wollte. Und allgemein, finde ich, ist Aaron halt zu einer Persönlichkeit geworden. Wenn er in den Raum kommt, ist da schon ein gewisser Coolness gerade. Aber die zwei Sachen fand ich extrem gut. Sonst hat er halt auch so interessante, lustige Momente immer mal wieder. Ich finde zum Beispiel sein erster Auftritt allein oder das mit dem, was war sein erster Auftritt, das mit diesem, ich glaube, Apfelmus oder was da irgendwie war, legendär, war super geil einfach. Habe ich so gefeiert, obwohl es eigentlich gleichzeitig irgendwie voll nervig war. Aber diese ganze Chemie zwischen Rick, in dem Fall Baby Judith und ihn halt so, isst du, bevor ich ihr das gebe, isst du, ich hasse das, ich hasse das Zeug. Meine Mutter hat mich hasst, super lustig. Das ist auch noch so ein Moment, den ich eigentlich übel funny finde. Kommen wir zu Rick. Und hier muss man natürlich sagen, ja, was soll ich sagen? Die Machete mit dem roten Griff. Die Biker-Gang, den er den Hals rausgerissen hat. Der ganze Akt in Terminus, auf der Ranch von Herschel, überhaupt in der ersten Staffel im Panzer das und das mit den Gedärmen einschmieren und und und. Der Krieg gegen Negan, ob es der Rick ist, der am Bund zerstört ist, der unfassbar episch war im Prinzip. Er war einfach kaputt und das war krass episch für seinen Charakter. Dann der Rick, der aufsteht und sagt, nee, 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 ihr, nee, 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 so nicht. Und den Krieg anzettelt vernünftig. Und der Rick, der Negan die Kehle durchschneidet, aber auch der Rick, der Negan am Leben lässt. Rick hat unfassbar viele krasse Momente in der Serie. Muss man sagen, er ist ja nun mal auch der Hauptcharakter, klar, hat Aaron halt im Prinzip die Arschkarte gezogen. Aber für mich der krasseste, emotionalste und dementsprechend halt auch epischste Moment und der, der ihm den Punkt auch beschert tatsächlich am Ende, ist sein letzter Auftritt. Diese ganze Szene, wo er die Horde weglenkt, wie er in diesen, äh, diesen Bär, nee, weil kein Speer war, so ein Stück Metallstange reinfällt, wie er seine Halluzinationen hat, wie er die Sache in die Luft sprengt. Und alles das super episch, super Gänsehaut, egal wie oft ich es mir angucke. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, da hat Rick, kriegt er da den Punkt. Dementsprechend hätten wir ein 3 zu 1 für Rikki Dikki, Duda Grimes. Den ganzen Satz führe ich nicht nochmal auf. Kommen wir aber nun zum Finale und dementsprechend zum 1 vs. 1 in den drei verschiedenen Kategorien. Die, die es nicht kennen oder gerade erst auf diesen Kanal gestoßen sind, auf dieses Video, ich erkläre es kurz. In dem 1 vs. 1 sind wir auf einer neutralen Fläche, keiner hat Vor- oder Nachteile. Beide Charaktere sind zu ihrem Prime, zu ihrer höchsten Leistung, den sie in der Serie jemals erbracht haben. Und wir lassen sie antreten im 1 gegen 1. Einmal Faustkampf 1 gegen 1, dann einmal mit Nahkampfwaffen, Schwerter, Machete, Axt etc. pp. Und einmal mit Fernkampfwaffen. Starten wir mit dem Faustkampf und ich sage es vornherein, vor allem die Nahkämpfe, finde ich, sind unfassbar knapp, weil Aaron ein verdammt guter Nahkämpfer geworden ist und Rick auch. So, man muss natürlich sagen, Rick hat eine Ausbildung als Polizist und dementsprechend weiß er, wie man ohne Waffen oder ohne möglichen Sachen jemanden vielleicht auch gerade außer Gefecht setzt. Nichtsdestotrotz wird sich Aaron in dem Faustkampf unfassbar gut wehren. Es wird sehr, sehr lange, glaube ich, sein dieser Faustkampf. Wir nehmen Aarons Hand halt auch einfach mal dahin, also sie ist dann einfach wieder da, damit er keine Waffe hat, versteht sich ja. Aber der Kampf würde sich ewig ziehen und ich glaube, beide würden mitunter an ihre Grenzen stoßen. Aber ich denke, im Faustkampf ohne Waffen würde Rick definitiv die Überhand gewinnen, weil er einfach in puncto Polizeidasein halt einfach in diesem Fall eine Ausbildung genossen hat, die ihm sowas quasi beibringt, weswegen definitiv dieser Punkt an Rick geht. Im Nahkampf mit Schwertern, Macheten, Äxten oder halt auch Aarons neue Hand, sage ich mal, die Morgenstern doch, würde ich sagen, es ist ähnlich der Fall. Beide kämpfen sehr lange, sehr intensiv. Aber, und hier kommt es zu dem Punkt, ich glaube, dass Rick vor allem durch seine Ausbildung als Polizist, wo ja nichts jetzt auf Messerkampf oder so ausgebildet wurde, vielleicht da ähnliches Manöver anwenden würde wie in einem Faustkampf, wo er halt vielleicht Sachen machen würde, die ihm dann quasi einen Minuspunkt geben und Aaron halt seinen Zug machen kann. Und ich denke, in dem Fall würde Aaron den Kampf gewinnen. Denn allein durch seine neue Hand, beziehungsweise diesen Morgenstern auf seiner Hand, muss man halt auch sagen, er ist halt jetzt daran gebunden und muss damit umgehen. Und ich denke, da hat er einen wirklich großen Vorteil gegenüber Rick. Klar, Rick mit der roten Machete oder auch mit seiner Axt ist krass. Aber am Ende des Tages, ja, weiß ich nicht, er hat dann doch mehr Zombies, glaube ich, damit getötet, als wirklich effektiv Menschen. Und dementsprechend, wie gesagt, geht hier der Punkt an Aaron. Dementsprechend geht das 1 vs. 1, Stand jetzt 1 zu 1, also unentschieden aus. Und wir gehen in die dritte und letzte Kategorie, und zwar den Fernkampf, beziehungsweise den Kampf mit Schusswaffen. Und hier bin ich auch ehrlich. Natürlich, Rick hat seine Ausbildung als Polizist. Dementsprechend weiß er definitiv, wie man mit Schusswaffen umgeht. Aber ich finde oder ich glaube, dass hier auch enorm ausgeglichen ist, der ganze Kampf. Ich glaube, dass Aaron sehr, sehr gut mit Pistolen und auch Gewehren vor allem umgehen kann. Wobei Rick ja immer eher auf Pistole geblieben ist, als auf Gewehr oder so. Und puh, also ich weiß nicht, es ist wirklich schwer. Also ich denke, Schusswaffen, wie gesagt, Rick hat natürlich den Vorteil des Übens oder des Lernens durch die Polizei. Aber ich glaube, da ich hier wirklich hundertprozentig von meinem Herzen her kein richtiges Ergebnis rausholen kann, würde ich einen Unentschieden machen. Dementsprechend würde ich sagen, jo, es steht 1 zu 1. Dementsprechend würde auf das ganze Ergebnis 2 zu 2 stehen. Und dann sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, der ein bisschen schwierig ist. Denn wenn wir jetzt nach dem Unentschieden beiden einen Punkt für das 1 vs. 1 geben würden, würde es 4 zu 2 für Rick stehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich nehme jetzt einfach mal, ich bin einfach mal so frech, ich nehme einfach mal noch die Kategorie Design mit rein. Und zwar, weil ich Aaron mag. Ich mag Aaron. Und diese Kategorie Design nehme ich mit rein, weil wenn wir uns die Entwicklung von Ricks Aussehen angucken und die Entwicklung von Aarons Aussehen, muss ich sagen, ist Aaron in der letzten Staffel, sieht der unfassbar Badass aus. Und kann Ricks Badass-Zeit wirklich starke Konkurrenz machen. Wie gesagt, allein wegen seiner Hand, also seiner Nicht-Hand. Unfassbar krasses Design, finde ich. Und vor allem die Entwicklung, wie er in der ersten Folge, wo er aufgetaucht ist aussah, und in der letzten, wie er quasi gegangen ist, mehr oder weniger. Und bei Rick finde ich es halt ein bisschen, ja, weniger krass. Dementsprechend würde ich einfach einen Sympathie-Punkt geben. Ich würde sagen, das 1 vs. 1 geht somit an Aaron, weil er das 1 vs. 1 des Charakter-Designs gewonnen hat. Dementsprechend würde das 1 vs. 1 endgültig für Aaron ausgehen. Er kriegt den Punkt und somit würde es 3 zu 2 stehen. Ja, Rick hat natürlich trotzdem gewonnen, das war mir von vorne hinein klar. Ja, aber ich will Aaron nicht so wenig Punkte geben, weil ich seinen Charakter wirklich sehr stark finde und er in ganz wenig Punkten wirklich nur schlechter ist als Rick. Man kann die schon fast, also wie gesagt, vor allem den Endstaffel-Aaron kann man perfekt auf eine gute Ebene mit Rick stellen. Das Einzige, was ihm halt fehlt, ist diese krasse Brutalität und dementsprechend auch krasse Badassigkeit. Aber wie gesagt, ich mag Aaron deswegen, wollte ich ihm diesen Punkt geben. Deswegen, ich kann das ja machen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr sagen, nee? Also könnt ihr machen, aber es ist jetzt sowieso zu spät. Nichtsdestotrotz hat Rick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Rikki Dikki, Duda Grimes, Boomshakalaka, Boomshakalaka. Wie gesagt, es war mir von vorne hinein klar. Das 1 vs. 1 hier wird sowieso sehr, sehr interessant ausgehen, weil das halt jetzt am Ende wirklich nur noch die Top-Charaktere gegeneinander ankämpfen. Aber ich habe ja schon gesagt, ab jetzt der nächsten Runde, beziehungsweise es kommt jetzt noch ein Battle und ich weiß gerade nicht mehr, welches ist jetzt wahrscheinlich wieder eingeblendet. Es kommt jetzt noch ein Battle, dann gehen wir in die nächste Runde. Dann sind wir im Achtelfinale, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Und da habe ich ja schon gesagt, gehe ich definitiv, nein, im Sechstelfinale. Ach, keine Ahnung, was für ein Final. Wir sind auf jeden Fall eine Runde weiter. Und da habe ich ja gesagt, da gehe ich ganz wenig auf mein Herz ein, sondern wirklich einfach auf Fakten. Wie zum Beispiel, wie viele Zombies hat er getötet? Wie viele Menschen hat er getötet? Und wer da krasser aufsteigt, der kommt halt weiter. Weil wenn ich hier mit Sympathiepunkten weitergeben kann, dann kann ich jetzt sagen, wer weiterkommt. Also es wäre wahrscheinlich halt entweder Rick oder Daryl. Versteht ihr, was ich meine? Also, ne? Aber ja, erst mal sind wir somit am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, Rick hat gewonnen, ist in der nächsten Runde. Weiß gerade nicht, wie gesagt, gegen wen er kämpft. Entscheidet sich im nächsten Video, glaube ich. Und ja, jetzt seid ihr wieder gefragt. Seid ihr meiner Meinung? Was hättet ihr anders gemacht? Beziehungsweise gibt es irgendwo Punkte, wo ihr sagt, nee, das finde ich gar nicht so? Da hätte ich eher Aaron oder eher Rick den Punkt gegeben. Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich lasse mich da gerne andere Meinungen überzeugen, mehr oder weniger. Lass uns da gerne drüber diskutieren. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und euch Serien, Filmthemen interessieren, ja, dann schaut euch doch mal um. Weil hier gibt es alles Mögliche. Von Fan-Theorien über Battles wie dieses hier, bis hin zu Reviews ist hier alles rundum vertreten. Und vielleicht findet ihr was, was euch auch sonst noch gefällt. Und bleibt gerne dann auf dem Kanal hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Jetzt möchte ich aber nicht länger um den heißen Brei herumreden und das Video nicht schon länger machen, als es schon ist. Und deswegen würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.